So, es lädt. Das Spiel oder die Serverliste? Oh, bist du das? Ja. Okay. Du bist SCP-049. Töte jeden. Okay, und ich bin der, der entkommen muss. Verhindere, dass jemand entkommt. Kooperiere mit anderen SCPs. Mit dir? Oder du bist... Nee, ich muss entkommen. Ich kann springen. Ja, ich habe den Text nicht gelesen. Er ist schon wieder weg. Wie, was, was kann ich denn? Ich bin sehr vorbereitet. Ich habe die Steuerung nicht gelesen. Oh, hier liegt jemand. Hier ist ein Zettel. Kann ich den, kann ich mich bücken? Kann ich, kann ich, nein? Kannst du mich töten? Nee, ich kann nur wegrennen. Ich kann auch nichts. Kein Ziel gefunden mit F. Drück mal F. Kann ich mich nicht bücken? Warum geht das nicht? Warum ändert sich der Ton? Wiss ich nicht. Zugangskarte erforderlich. Ja, wer hat denn hier eine? Hier liegt doch einer. Was ist das? Was? Achso. Ein Fahrstuhl? Gibt es verschiedene Etagen? Woher weiß ich denn, wo du bist? Weiß ich nicht. Ich glaube, man sieht, ich habe null Plan von dem, was ich hier tue. Oh Gott, überall Türen. Ich meine, es ist ja beruhigend, dass ich weiß, nur du bist da. SCP-106-Objekt-Klasse-Keter. Ist jetzt die Frage, bist du das? Lasse ich jemand anderes frei jetzt hier? Was? 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 Ah! Okay, kann ich Gott sei Dank nicht machen. Ich habe keine Zugangskarte. Bist du das? Ja. Du bist kein Vieh, du bist ein Mann. Sag dich doch. Hä? Ich dachte, du bist ein Vieh. Nein, du musst mich umbringen. Bist du sicher? Wo bist du denn jetzt so schnell hin? Du hast dich doch aufgelöst. Oh no. Du stehst doch hier irgendwo. Hier sind doch noch Türen offen. Was? Elevator-System B? Was? Bitte verlasse das Areal in elf Minuten? Wird mich doch in die Irre führen. Hier sind einfach Fahrstuhltüren offen. Die sind da. Es hat Ping gemacht. Wo bist du? Oder sind die jetzt... Wie sie da einfach an der Tür standen? Oh, ich bin gar nicht da. Und wieder weg. Was bin ich hier sehend? Detected in Subject. Sample was not found in... Could be related to... Oh Gott, da ist er da wieder in Chemieunterricht. Da wäre ich direkt müde. Ja, aber wie soll ich dich denn umbringen? Ich habe eine Lebensanzeige, aber ich... Soll ich dich anpupsen, oder was? Error. Kann ich mich einschieren? Hast du das auch gehört, oder war ich das? Na, habe ich auch gehört. Oh, was bist du denn? Kann ich... Ich sehe euch doch... Kann ich euch nicht... Kann ich... Steuerung... Zugangskarte. Left Control. Primärwaffe. Zugewiesene Taste 1. Steuerungstaste. 1, 2. X... Wer weist denn diese Sachen zu? X, G... 1, 2. X, G... Gut, ich habe ja auch nichts. Aber ich sehe doch, hier sind... Gut. Hm? Das war übel. Was denn? Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. So, hast du was freigelassen? Glaube ja. Wie kannst du das? Ich habe... Ich stehe vor Zugangskarten, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Wahrscheinlich, weil du kein Mitarbeiter bist. Was bin ich denn? Ein Monster. Ich bin das Monster. Ja, sag ich doch, du musst mich umbringen. Ach so, ich dachte, du bist das... Aber... Aber ich kann auch... Ich kann doch nicht angreifen. Irgendwie schon. Dieser hat mir das kein... Ach doch. Doch, warte. Sie haben es mir gesagt. Ich habe dir gesagt. Ich bin heute nicht auf der Höhe. Jetzt, wo du es sagst, es stand am Anfang, sie sind SCP, bla bla bla. Ich bin im Kreis gelaufen, oh Gott. Alter. Mir ist gerade die Katze hochgesprungen am Schreibtisch. Ich sag mir, dass ich jetzt endlich die richtige Karte habe, um hier rauszukommen. Fünf Minuten 35, bitte verlasse das Area. Alter, das gibt es doch nicht. Immer noch zu. Wo bist du? Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Und ich sag's, wenn ich noch einmal in die Türe, ne? Jetzt mich doch mal verarschen. Es sind Türen auf. Und da ist gerade einer vor mir. Was ist denn hier los? Also es ist einfach eine viel zu große Map. Warte, wo kam ich denn jetzt her? Ich habe irgendwas ausgelöst. Irgendeine Warnung ging gerade los. Ich kann mich hier nicht her. Wieso geht die jetzt zu? Was ist das? Warning. 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 Und you? da können die mal ihre ausgänge bitte markieren ja süß hast du auch bei dem bild gestanden hier jetzt weißt du zwar bestimmt wo ich bin aber ich habe ein geld gefunden und kann es nicht öffnen da geht es ja irgendwie nicht raus so im nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht die generatoren nicht überladen sollen danger light containment zone overall decontamination in t-minus 30 seconds all checkpoint doors have been permanently open please evakuate immediately und ich habe ein gate gefunden nach draußen aber ich kann es nicht öffnen ich bin am ende der zeit in eine kammer gelaufen war das jetzt gut oder schlecht ich bin gestorben von einer starker substanz zerschmolzen welch da jetzt nicht reingelaufen ist überall das gras gekommen ja ja ich bin auch gerade davon weggelaufen nach draußen gerade eben noch und sind jetzt aber das müssen wir mehreren spielen ja sind denn jetzt alles server so oder meinst du es gibt vielleicht auch noch andere maps we don't know fühlte sich auch für den stream eignen vielleicht auch gerade überlegt das ist vielleicht gar nicht so verkehrt das spiel für welch kann man nämlich vorstellen geht schon wieder eine neue runde los hier bei der andere fraktion drücke f1 information das habe ich nicht gesehen unbewaffnet du hast gar nichts finde etwas egal was ach so ist das jetzt eine andere map glaubt nicht wenn da gestartet wo ich vorhin fast gestorben oder ungefähr da wo ich gestorben bin was ist das ach jetzt kann ich das nehmen jetzt versteht so ich möchte das befreien was war das was teilen bist du ich dachte gerade du sagst ich sehe dich kam raus kam raus und spiel mit mir niemals na guck mal den weg habe ich vorhin nicht gefunden hier bin ich vorhin gelaufen kurz bevor ich umgefallen bin ich auch nicht lange doch doch ich mach mal die tür zu hier was ich habe eine münze was war das ich habe eine taschenlampe ist nur überall hell genug also muss es auch orte geben wo es nicht hell ist was ich bin ich bin durch eine tür geglischt ich geht schon mal weiter du wirst mich nie finden die tür geht er mich eigentlich nicht auf die geht auch nicht auf kaum ich werde auch durch geglischt okay was haben wir denn hier egal ob f linker oder rechter maus button bei allem geht die maus an was ist das danger light containment zone overall decontamination in t-minus 10 minutes was ist das denn hier also falls du mich finden solltest ich kann dich bisher nur einfach mit der kraft meiner taschenlampe blenden ist das riesig frage mich ob du das bist ja mach keinen scheiß macht doch gar nichts außer dich zu suchen okay dann bist du das gar nicht ich bin gerade durch so schwarze pampe gelaufen und da wurde mein sichtfeld auf einmal dunkel du bist du besser irgendwo in der nähe vielleicht ne ist das ein anderer scp kann sein scp 914 objekt class safe ok was was tue ich hier ich habe eine maschinengun gefunden toll dass du die maschinenpistole findest output nicht dass ich sie benutzen könnte ne ich habe eine maschine gefunden da kann man irgendwas tun intake und output ich habe eine münze sag mal das bist doch du oder genau peri das ist nicht lustig ja das ist nicht lustig ich wollte diese maschine testen scheiße warum weißt du wie eklig du aussiehst ja wie so ein aufgelaufener pudding der blasen wirft warum ich wollte die maschine testen ah ich habe mich voll erschrocken bei mir bist du auf einmal mir vor die nase teleportiert worden ich stand in einer maschine oh mein herz aber das schöne ist ich war eine statue das heißt hättest du mich angeguckt hätte ich mich nicht bewegen können so wie du aussiehst hätte ich dich ja gar nicht hättest du dich nicht bewegen können ja aber ich habe dich doch angeguckt ich habe dich doch gesehen ja und dann bist du weggerannt und hast mir den rücken zugedreht da konnte ich mich bewegen ach toll f12 ok ok c c tipp am amnestische wolke wolke kann dieser stelle nicht eingesetzt werden ja wubi oh was ist das denn wow oh ich muss nicht finden das ist cool ja bin ich gegen das spiel ist mega warum haben wir das vorher noch nie entdeckt ich weiß es nicht weil du nicht für gratis spiele bist ja fair enough weißt du was fanny ist ich das aber ich habe eine hausmeister zugangskarte toll was ist das kannst du nicht durch im nachhinein betrachtet war das bestimmt keine gute idee ich weiß nicht ob ich da hätte durch gekonnt aber ich bin da durch ähm ich habe ein problem was denn ich sterbe wieso ich habe bonbons gegessen ich habe bonbons gegessen und dann haben die mir plötzlich die hände abgeschnitten ohne hände konnte ich die karte nicht benutzen und ohne hände kann ich kein erste hilfe kit benutzen also ähm ja was ist doch einfach bonbons ich weiß nicht ich hätte mich vielleicht mal den roten spuren auf dem tisch ähm irritieren lassen sollen schlüssel ich will ich will ich ziehe einfach in der fremden gegend bonbons es wäre jetzt sommer werden 17 grad gut ich war so ein cooler dino er ich darf mir eine schöne warme jacke haut klauen was darfst du die haut klauen ich will diese maschine von vorhin wieder finden ich habe eine pistole gefunden wie du hast eine pistole gefunden bin ich nicht auch ein mensch bin ein mensch hallo du hast mich verarscht du hast mich verarscht ich dachte ich dachte vielleicht ist noch jemand mit auf dem server oder so und wir sind beide personal ich kann mir jetzt die flausche anziehen ich kann mir noch eine haut anziehen ha 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 ah